Mein Name ist Martin Balzecki. Ich komme hier aus dem wunderschönen Semnau. Ich bin Skischulleiter bei der ersten Schweizer Ski in Semnau-Furt-Schule und hatte heute das Vergnügen oder das Glück das Kimojo, den Apparat oder das Gerät oder die Kniestütze oder die Unterstützung oder wie man es auch immer leisten soll auf jeden Fall Kimojo zu testen und ich habe es in allen Belangen getestet. Es war auf dem Pulverschnee, es war auf dem Sulzschnee, auf dem harten Schnee, auf weichem Schnee, es war im Steilhang, im Flachen, in allen Formen, sei es im Kurzschwung, sei es im Parallelschwung, sei es im Karschwung, eigentlich in allem, kurze Strecken, lange Strecken, gemütliche Skifahren, Vollgas Skifahren und es hat mich derart überzeugt. Das Erste was ich gemacht habe, als ich es ausgezogen habe, habe ich gesagt, das nächste was ich anziehe, das wird mein eigenes und ich habe ein eigenes bestellt. Ich bin voll überzeugt und ich kann nur sagen, testet es aus, ihr werdet Freude haben bei mir. Viel Freude! Nächste Saison fängt Ende November an, Möglichkeiten ohne Ende. Kommt, genießt es und habt Freude damit. Viel Spaß!